Guten Tag, hm, stört mich grad voll beim Essen. Oh, fuck. Hey, we got a prisoner list. Fuck! I will not go there! Oh, uue, uue, uue. Oh, uue, uue. Oh, uue. Das ist ja so. Du wirst mich nicht bemerken! Haben wir die Jungs weg gemacht? Heavy Chain? Oh! Ich habe wieder ein bisschen mehr Items, als ich eigentlich tragen können sollte. Klasse! Komischerweise am meisten haben die Mabari Hunde diese Tränke dabei. Wir haben die Jungs. Wir haben die Jungs. Ich bin der beste Backseller hier. Erlebt. Ich bin der beste Backseller. Dann bin ich der beste Backseller. Ich bin der beste Backseller. Erlebt. Okay, cool bleiben. Aber hier gibt es keine Bücher mehr, irgendwie schade. Wo kommt die jetzt Morrigan hin? Okay, also irgendwie sieht das schon wieder gut aus. Krass doch. Spann. Wollen wir an? Was ist denn irgendwie seltsam? Oh, was ist denn irgendwie seltsam? Ah, da bist du. Sind du sicher, dass du nicht zurückkriegen würdest? Wir hatten eine excellente Erklärung. Aha, cool. Ja, Morrigan, die gute. Okay. Hier kriegt den Blizzard, der passt schon. Das sind sie ja auf einmal angekommen, alle. Okay. Ah, na klar. Ja. Ich glaube schon, dass in ein, zwei Kisten irgendwas Sinnvolles drin gewesen wäre. Ja, vermute ich einfach. Okay, was haben wir noch, was anziehen kann? Gar nichts raus schon. Aber hier vielleicht einen anderen. Ah, da hat er Pfeil im Bogen. Ja, auch cool. Auch cool. Aber ich kann ja vielleicht noch ein bisschen was loswerden. Okay. 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 Ich gehe irgendwo hin jetzt. Um ehrlich zu sein. Na. Gehen wir jetzt mal auf Reft Gives a State. Oh man. Okay. 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 So, ein bisschen. Okay. Und er riecht wieder. Fractures at the touch. Ich hoffe, dass ich nicht mehr Blut bekommen habe. Don't worry me again! There is no hope for you now! At all. Down you go! You shall burn fear! Oh! Oh! Das war sehr schlecht. Okay. Die! Die! Let's grab some glory! Go! Now! Alright. Off I go. Take that! Zack. Na geht doch wunderbar. Okay. Ja, geil. Ah, der Alistair, der macht das schon. Der Alistair. Hat uns das mal echt den Hintern gerettet, der Gute. Klasse. Haben wir jetzt hier ein Level? Genau. Hm. Sehr sieben. Das sind aber viele. Das ist mal ehrlich. Ja. 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 zuges행 hat, Soaa, diverso jetzt. Das Spiel gerade war verhauen. Ich hatte schon vor das Gefühl das es irgendwie so leichter buck ist. Also die Stelle jetzt, die kennt ihr schon. Um, ja. Of course. Oh, come on. I can't. I'm not looking at my left. You can be here. Das ist nicht so gut. Die Waffe hat schon gar nichts für mich. Das wäre mit... ...Aromunster? Du kannst nicht gewinnen! Ah, der Marshal! Okay, sehr gut. Ist ja schon mal gut gelaufen, kann man nichts sagen. Gut. Genau, den Codex-Update habt ihr ja schon gesehen. Jetzt müssen wir uns speichern, dass wir, falls es abschließt, noch mal keine Probleme kriegen. Das müssen wir nur hier. Das war eine gute Idee. Oh, great. Oh, great. No wonder to stop for lunch, too. Auf geht's. Auf geht's. Das wird nicht gut für dich enden. Das wird nicht gut enden für dich. Aber bitte, du hast nicht die Waffe zu finden. Natürlich. Du wirst dafür bezahlen. Boah, das ist ein System-Schaden. Okay, der kriegt dich weg. Ich loote schon mal so lange. Okay. Wir brauchen alles nicht. Auch die Pfeile und so. Das haben wir alles weg lassen. Wir brauchen alles nicht. Ich bin nicht alles okay. Aber unnötig für uns. Noch nicht. Okay. Aha. Sam. Okay. Nein, das ist der Red Helm. Den lassen wir auch mal weg. Ja, okay. Dann will ich mir mal vorschlagen. Scheint ja zu funktionieren. Zurück zum A von Radcliffe, indem wir Berichte erstatten, wie es aussieht. Ich bin nicht genauer. Du wirst nicht zum A von Radcliffe und so. Du wirst nicht mehr auf sein. Okay, einfach so. Ich verstehe jetzt die Fahrt. Ich esse ein Schäuble, das würde dir sagen. Ich bin froh, Herr Lorden. Ich bin jetzt sicher, dass er die Nobles sagen wird, dass Sie gefährlich sind, dass Sie mich verletzt und kontrolliert haben. Er kann sogar glauben. Ich dachte so. Ich habe das gedacht. Hauhs influence war stark. Der Tod kann nur eine gute Sache sein. Aber auch das wird nicht genug sein. Ich weiß, mein Vater. Und er ist mit seinen Kurs. Er will es, jetzt gleich. You will need ammunition, come the Landsmeet. You have only just arrived in the city, so perhaps you're unaware of some… recent events. Denarim has been in turmoil since Ostagar. Many people here are angry or grieving. Strangely, the unrest is worst in the alienage. Few elves have accompanied the army. They should have little reason to be upset. Hau und mein Vater müssen sie dafür geben. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich weiß, dass mein Vater seine Hand hat. Sie haben eine gute Idee, Anora, aber Sie könnten diese Information mit Ihrer Maid haben. Das ist wahr. Ich habe für meine Sicherheit als Hausprisoner gegründet. Aber zu sagen, ich sende Elina zu Ihnen, weil wir uns in den Regen bringen können. Sie brauchen das Evidenz für die Landschaft. Sie brauchen also eine stärkere Kandidatur für die Throne. Sie brauchen mich. Ich habe keine Angst, dass Alistair genug ist. Und gut. Aber auch mit seinem Blut, er ist kein König. Du denkst, dass ich nur das kann sehen? Nicht nur das, Alistair ist ein Grey Warden. Es wird sehen, dass du einen Grey Warden auf dem Throne versuchen kannst. Sie brauchen keine Ahnung, aber auch immer die Kandidatur. Sie brauchen die Königin. Ich bin die Frau von Ferelden. Sie ist die Wiedowin, aber... Sie sind die Königin. Sie haben die Königin verletzt. Sie Nos haben die Begründung das ganze Jahrzehnte? Sie haben die Königin? Sie brauchen die Königin? Sie brauchen die Königin? Sie brauchen das nicht zu lassen? Sie wollen nicht den Thronen. Ich kann dir helfen, meinen Vater zu stoppen. Er hat gesagt, was ich gesagt habe. Ich denke, ich werde nach meinem Raum zurückziehen. Warden, wenn du einen Moment hast, ich bitte, dass du mir in private sprechen möchtest. Sie ist ziemlich... spirited. Ich erinnere mich, wenn Loghain erst zu Danyan gebracht hat. Gaelin war ein guter Junge, aber Honora war immer zwei steps ahead. Er hat ihn jumping when she snapped since the first time she battered her eye-lashes. Ich kann nicht helfen, dass sie mich in trouble ist. Aber wir sollten sie immer wiederholten, aber wir sollten sie immer wiederholten. Okay. Was ich mit Ihnen? Das ist ein Allianz von Convenienz. Für die Moment, wir sind unigte gegen Loghain. Be careful how much trust you place in her. But Kohle hat sich die Macht auf. Ich will nur die Hoffnung, ob ich sie mit ihnen überholten. Ich will nur die Macht während der Falle, sondern conne sie mit uns. Ich will nicht mehr die Macht nach. Ich bin glaube, dass du ihr könntest. Mei gab es dann ein instantly Fache? Es wäre unheimlich für mich so schnell, wenn ihr ihr geschäft, Sie würden nicht ANY Antworten sein. Ich will nicht, wenn ich den Throne versuche. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzt habe, wenn ich mich nicht verletzt habe. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzt habe. Ich habe mich mit ihm gegründet. Er wird gut sein. Wir haben sicherlich ein großes Geld zu planen. Maker weiß, was dieser Mann jetzt kann. Natürlich, wenn ich eine Suggestion mache. Geh mit Honora zu sprechen. Sie wird weder ein körperlicher Allei sein oder ein körperlicher Feind. Und je mehr wir wissen, wer sie ist, desto besser. Dann fehlt uns noch zwei Personen. Das ist die gute Honora. Was ist das? Wir haben zusammengefasst. Wir haben zusammengefasst. Wir haben zusammengefasst. Noch mehr Jahre als ich mich daran erinnern. Er war genau das gleiche. Tough als stone, und einfach als grizzled. Ich glaube, er versteht mehr als die resten von uns, wie es eine dummige ist, dass die wenige gebeten werden, um die viele zu retten zu retten. Er hat sich immer ein körperlicher Platz für den Bekruppen. Nur wo er sich immer wieder zu retten. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es gibt ein paar Jahrzehnte oder Jahrzehnte in jeder Nation in Thetas. Die Anderfels sind mehr als 1,000. Es ist fast wie die Archdemon die Ferelden verletzt, zu wissen, wie es unvergültig ist. Einmal von Lee und ich würde nicht gehen. Es ist weit, Leute. Und sehr leid. Die Wardens dort kämpfen mit Darkspawn, wie du und ich. Aber sie sind aus dem Winter und der Wald. Sie sind ein kaltes Gruppe und nicht so, wie sie sich über den Rest des Welt. Der König ist schwach und viele Anderfels schauen, um die Wardens zu regeln. Ich liebe es zu sagen, aber einige von ihnen wollen es so. Die Archdemons nicht auf sich selbst wachsen. Es braucht die Darkspawn, tunnelling und tunnelling, searching für ein Jahrzehnte zu finden. Und mit niemandem zu leaden, es muss eine Chance sein, oder vielleicht ein Instinkt, die zu leaden. Was ist nicht so, dass es so lange dauert, zwischen Blight. Was ist so, ist, dass sie überhaupt nicht succeed sind. Aber ich denke, die alten Gäste rufen sie zu ihnen. Und es ist die Sprache, in der Dunkelheit, die durch sie durch so viele Generation. Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? All the way to Tevinter themselves. They were the first ones to track down the archdemon Dumat, and the ones to slay him, though none survived the battle. But they had picked up followers by then, and it was they. Who formally founded the order, and were recognized by Thedas. How cool. The important thing to remember is, none of that matters. When you're facing Darkspawn, all you need to know is to stop them at foot. Die Anora. Wo ist die Anora? Da ist sie. Ich will be blunt, I can see that your voice will be a strong one in days to come. It is to you that Eamon listens, and with good reason. My father must be stopped, but once that is done, Feraldom will need a ruler. I would welcome your support for my throne. That is exactly what I am proposing. When the time comes, you support my bid in the Landsmeet to remain on the throne. You will be seen as my father's enemy, yet you will be in support of his daughter. You will be seen as supporting the interests of Feraldom, as opposed to solely those of the Grey Wardens. In return, I add my voice to yours. Do you see? Together we can do what alone we cannot. You will be a friend of the Queen. I will be with you. 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 Aber es ist wahr, Alistair hat Therion's blood. Für einige, das ist mehr wichtig, als praktisch. Ein Union könnte ein Kompromiss sein, aber... ist das etwas Alistair even wünscht? Ich würde sagen, wenn Alistair will. Wenn Alistair will, um die Nation zu gewinnen, Ja, das ist ja richtig klasse. Ja, aber typisch, die können wieder miteinander reden, muss immer, immer einer kommen, wie ich, mit Laufbruschen spielen. So, I'm guessing someone told Onora I was planning to steal her throne. She has a nasty glare. Did anyone mention this wasn't my idea? I think she's a great queen. As far as I'm concerned, she's welcome to it. Hm. Hm. Really? Whatever would give you that idea? I don't know if you'd like to steal her throne, but I don't know if you'd like to steal her throne. Well, it's nice that you think so. What do you think I should do? Go ahead and be king? Just let it happen? Hm. Marry her? As in, marriage? As in, be her husband? You've spoken to her about this? You did, didn't you? Why would you do that? Did you take a blow to the head? That's crazy. Hm. I, I suppose, I don't know how much of a leader I am, but at least I know she's a good ruler. Well, go ahead then. Tell her I'll do it if it comes to the head. Excuse me while I go have a small heart attack somewhere. No big deal, right? Hm. That's the proof sugar. Cool. Yeah, great. It was really easier than I thought. Very good. All right. Let's go. Perfect. Perfect. Well, have you spoken to my lucky betrothed yet? Or will we be reduced to passing notes? He has? I wasn't expecting that, to tell you the truth. To marry Kaelin's brother. I suppose stranger things have happened. If it will truly help matters... Hmm. Is this it then? I agree to marry Alistair to retain my throne, and in exchange I give you my support. If not, then tell me now. Done. So we have a deal, Warden. I trust you'll keep your end of the bargain. Now I suppose comes the task of dealing with my father. That will be no small feat, of course. But I am certain you already know this. I imagine you have much to do. Is there anything else you needed from me? I... No. And while I know your concern is hardly disinterested, still... Thank you. I have spoken with Alistair. Maybe this mad Betrothal won't be quite the curse, it seemed like it was first seen. Haha. Okay. Auf jeden Fall. Gut gelaufen, Gott sei Dank. Die beiden verkuppelt. Passt's. Warden, let me know, if there is any assistance I can give you. We have much to do, and little time. What? What? Make us breath? You didn't magic them, did you? I'm not sure if I can give you a chance. Of course, but I hardly imagined that you could convince her so readily. I am impressed. Yes, Alliance can only help us. Well done, my friend. Haha. We need to do all that we can in the few days left to us before the Landsmeet. Yeah, great. Cool, perfect. That's right. What do we want more, actually? Well... I have to come to Denram for the Landsmeet. I don't know if you can... On the side, yeah. Hmm... Okay, und wo gehst du jetzt weiter? Eigentlich? Wenn ich mal zu fragen darf? Excuse me. The Lady Queen has summoned me to see to her Unmentionables. Hm. Well, not much. Just... May I air that for you, my lady? She's brought a mate of her own to wait on her. I beg your pardon, sir. But I really can't be seen standing about. The housekeeper will have my head. Good day. Hm. Ist doch eigentlich nicht ganz nett. Okay, aber jetzt stehen wir wieder hier. Ich hab wieder mal keine Ahnung, wo es weitergehen könnte. Oh man. Ich wollte doch mal langsam... ...aber sicher zum Ende kommen. Yes. Yes. Hm. Indeed. Doch, doch, doch. Morrigan ist eine starke Verbündete. Gerade auch mit dem Verheißen sind uns jetzt schon oft was gebracht. Also wir machen den Eiszauber, bam. Doch, das ist gut. Ah, hier bist du wieder. Was kann ich für dich tun? Nichts. Nichts. Nichts für jetzt. Tschüss. Hm-hm. Okay, das ist schon mal ein Level. Das ist schon mal ein Level. Das ist schon mal ein Blizzard. Geben wir jetzt mal den Elektroschock. Den Elektroschock ist er hier. Achso, ja. Ah ah ah. Mal. Für ein Lady Friend, vielleicht? Roses können jeder Mädchen ausbauen, du kennst. Mhm. Und smelling gut ist nicht. Und smelling gut ist nicht... Ferelden ist nicht mehr voll von Barbariern. Ich bin nicht mehr von Barbariern. Ich bin von Orlais, dann zu der Süd. Ich bin von Orlais. Ich bin von Orlais. Feine Wolle, Klaue, viele, die nur das Nobelbarn erzielen kann. Fereldin ist eher mutiert. Seine Faschung ist ziemlich alt. Aber ich mag die Leute dieser Stadt sehr viel. Orlais hat viele, viele gute Dinge. Aber es ist manchmal nicht so gut, dass es... ...kommens? Mein Bruder hatte Probleme mit einem Chevalier und wir haben kurz nachher verabschiedet. You know so little of Orlais here. The Chevaliers are knights of the highest order. They are the most skilled in the world. Their discipline, formidable. For their service, they are allowed privileges. They can do whatever they want to the lesser born. Oh. A Chevalier took an interest in me. It was his right, but it was unwelcome. Some...incensed. My brother hit him over the head with a pot. Such a thing is almost treason. We left that very night and came here. Hmm. That and more. Some reveal them for their skill and their high service. But others tread lightly. As lightly as the mouse in the cat's den. Okay. If you will excuse me. I... I feel a touch light headed. It is a... Or perhaps you tire of the smells of the city and would buy my Orlysian oils? Much of the city is still... ...and if your thirst is strong... Ah, that was just another story. Or has to be learned to hear it. I have something for you. Be careful with that package. It's so nice to be in Civilization. You can't buy Orlysians. It's so nice to be in Civilization. Be careful with that package. It's worth more than you may continue. Here, Quorum. Dwarven. Welcome back. Is there something else you'd like to look at? Ja. Can we a bit of something to destroy? Langsam was really hard. Was to destroy. Was to find. Good. Good. I can use the enemy. FRANKLESS shields. Ah. That... Can we actually also be able to let? lassen aber das hier weg Hier haben wir irgendwas. Hm. Okay. Ah ja, hier, hier. Chantarone, Musik in Action. Okay. Okay. Vielleicht mal abgeben. Man kann jetzt auch spielen ohne, dass es übrigens angezeigt wird da hinten, aber das finde ich irgendwie blöd. Okay. Sie sind präsentiert und kursiert durch die Mäker. Die, die Hand bringen. Sie sind nicht in Ordnung. Okay. Ähm. Ja, ich würde sagen, damit ist die Folge jetzt aber rum. Folge 60 war das. Und die nächste Folge schauen wir mal an, wie es weitergeht. Und wir wollen mal gucken. Okay. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.